Jo Leute, was geht? Ihr seht schon am Titel, es gibt ein kleines Special, ein bisschen was zu feiern. 1000 Abonnenten sind erreicht. Ich hatte eigentlich grob geplant, bis Ende 2022 1000 Abos zu erreichen. Aber die 1000 sind einfach jetzt schon geknackt. Vielen, vielen Dank wirklich an alle, die mich unterstützt haben. Mit Feedback, in den Kommentaren, die ich natürlich alle versuche zu lesen und zu beantworten. Ich bin echt gespannt, wie lange das noch klappt. Weil es wird immer, immer mehr mit den Kommentaren. Und ich habe ja eigentlich noch einen Hauptjob und ich mache das Ganze hier nur nebenbei. Aber bisher geht es noch, alles super klar. Und auch mit den Likes und sogar auf Twitch und Discord habe ich gesehen, sind einige rüber gewechselt und supporten mich da und lassen sich öfter da mal blicken. Das macht mich natürlich auch mega happy. Das ist mega, mega nice. Und ich habe mir gedacht, zu der Feier von diesem kleinen Meilenstein, wie ich finde, 1000 Abonnenten, das ist schon was, habe ich mir überlegt, dass ich für die aktive Community auch was zurückgebe. Und deshalb wird es am 10. Juni, das ist ein Freitag, abends bei mir im Livestream eine Verlosung von zwei Amazon-Gutscheinen geben. Den Twitch-Kanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach Zweedloot 2022 bei Twitch eingeben, dann findet ihr mich auch sofort. Zusätzlich am 10. Juni kommt ja auch Mario Strikas raus, Battle League, wo ich komplett reinsuchten werde. Und es findet am Abend noch ein Mario Kart Turnier statt, wo es auch ein T-Shirt zu gewinnen gibt. Wer da mehr Infos haben möchte, gerne auch mal den Discord abchecken, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, teilhaberberechtigt am Gewinnspiel sind im Prinzip alle Follower dann auf Twitch, die am 10. Abends im Stream auch live dabei sind. Und die Amazon-Gutscheine werden dann anschließend am Stream, also am Ende des Streams, ich denke mal, ich werde auch die Verlosung am Ende des Streams machen, an euch verschickt. Und das erzähle ich dann alles später im Stream am 10., wie das Ganze vonstatten gehen wird. Bestimmt müsst ihr irgendwas in den Chat schreiben. Ich habe das auch noch nie gemacht, deswegen wird es echt spannend. Ja, und vielleicht als kleine Erklärung, wieso das Ganze auf Twitch stattfindet. Ich habe einfach keinen Plan, wie das auf YouTube geht. Also klar, ich sehe manchmal Leute machen Gewinnspieler auf YouTube und dann suchen die sich irgendeinen Kommentar raus, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Leute auf YouTube kontaktieren soll anhand eines Kommentars. Deswegen machen wir das Ganze auf Twitch. Ich glaube, auf Twitch ist das alles auch ein bisschen spannender, weil man ja live dabei ist und dann selber sehen kann, wer gewonnen hat. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich das Ganze auf Twitch. Und auf Twitch sind auch die Chancen besser für euch, weil auf Twitch sind ja keine tausende Leute, die das Video sehen und am Gewinnspiel teilnehmen, sondern wirklich nur die aktiven Leute, die aktiv supporten und dann auch auf Twitch dabei sind und sich am 10. auch Zeit nehmen, um dabei zu sein und auch Follower auf Twitch sind. Und ja, mega, mega geil. Also ich bin mega happy, wirklich, dass das wirklich, also wir haben jetzt Ende Juni, äh Ende Mai und ich habe eigentlich gedacht, es wird vielleicht Ende des Jahres was mit 1000 Abos. Das ist mega, mega geil. Danke, danke, danke für diesen krassen Support, den ich immer wieder spüre mit den Likes, mit den Aufrufzahlen, mit den ganzen Kommentaren, mit dem Feedback, wo ich immer glücklich bin, ich habe kaum Leute, die richtig wirklich haten oder so, also mega, mega nice. Und ja, dann sehen wir uns alle am 10. Juni, hoffentlich auf Twitch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, haut rein.